Frage, kann man eine Privatinsolvenz vorzeitig beenden? Ja, das können Sie mittlerweile in allen Verfahren sozusagen, also Regelinsolvenz und Verbraucherinsolvenz. Das heißt, erst mal die Standardverkürzung, das läuft maximal sechs Jahre vom ersten Tag der Insolvenzeröffnung bis zur Restschuldbefreiung. Und wenn Sie die Verfahrenskosten einzahlen, kann man einen Antrag stellen, dass das sich auf fünf Jahre verkürzt. Wenn Sie 35 Prozent der angemeldeten Schulden zahlen und die Verfahrenskosten, das kann relativ schnell teuer werden, können Sie das auf drei Jahre verkürzen und außerhalb dieser Automatismen, in Anführungsstrichen, weil sie halt beauftragt werden müssen, beantragt werden müssen, kann man durch ein sogenanntes Insolvenzplanverfahren auch das Insolvenzverfahren noch verkürzen. Und im Übrigen, wenn Sie alle Ihre Schulden bezahlt haben, endet das Insolvenzverfahren auch automatisch und vorzeitig. Und im Übrigen, wenn Sie alle Ihre Schulden bezahlt haben, Und im Übrigen, wenn Sie alle Ihre Schulden bezahlt haben, Und im Übrigen, wenn Sie alle Ihre Schulden bezahlt haben,